Schön langsam, klasse. Ich habe den Kids die drei großen Lampen gegeben. Olight, Sofieren und die Four Sevens und lasse die jetzt mal da einmal vor und zurück laufen. Dann seht ihr vielleicht mal da vorne meine drei, vier Testbäume ausgeleuchtet. Jetzt kommt langsam nicht mehr genug Licht zurück, obwohl ich es immer noch erstaunlich finde, dass der Autofokus hier weiß, wo er da noch hinleuchten muss. Klasse, sie drehen um. Also Licht von vorne ist gar nicht gut für den Autofokus. Da weiß er gar nicht wohin er scharf stellen soll. Ja, super. Jetzt bleibt man hier stehen, leuchtet man da vorne. Wer kriegt das da vorne? Jawohl, schön alles in die Mitte. Jawohl, noch ein bisschen hoch. Direkt hinten in die Mitte, wo die drei Bäume am Ende stehen. Ja, cool. Jetzt ist es richtig gut ausgeleuchtet. Okidoki. Ja, ich würde sagen, das reicht. Das ist viel dunkler. So, also Feierabend für heute. Einer muss hier aber nur leuchten, wenn ich hier zusammenpacke. Ach nee, ich habe ja Stirn am Becken. Guck mal. Ich bin deine auch schon cool. Ciao.